Die Welt der ersten professionellen Superhörer Nicht empfehlen Komm her, komm her, zum Circus Rosara Ein freakiges und clowniges Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Jetzt geht's ab, jetzt genießt, genießt die Session, jetzt bist du im Zirkus Ich hab's wohl Angst hier, die Monster und so Aber heute wünsch ich mir Spaß Ja, meine Lieblingsstelle Ist das geil? Richtig geil, ne? Der Circus of Freaks ist eine der ältesten und klassischsten Maces während des Halloween Horrorfestes Abartige Horrorclowns und weitere Krüppelartisten erwarten euch hier Aber so gut die Schauspielkunst auch ist, Kirmishunter ist wahrlich der bessere Freak Ich bin ein Freak! Sehr, ey, du könntest so gute Filme machen Ich weiß gar nicht, was lang ist, ey Das Kostümdesign ist ein wahres Erlebnis Da juckt selbst mein Penis Typisch Hunter wieder Ja, hallo Georgi Die Szenenbilder sind großatmosphärisch und geil Mein persönliches Highlight sind die Menschenaffen Aber so atmosphärisch das Ganze auch ist, Freunde von Horror und Schreck kriegen ihren Dreck weg Garantiert Ich glaube, der hat Angst ein bisschen, ist ein Weichheit Manchmal spielt der Horrorzirkus auch dezent mit eurer Psyche Was? Fazit vom kranken zimperkannter Clown Boah, fuck, da kriegst du richtig einen Sperrschweck Der Zirkus auf Freaks ist genau mein Ding Schöne Horrorclowns und mehr Da schließe ich direkt mal ein Abo ab Das ist ja geiler als im Puff Nein, du meine Sau Alles gut bei dir? Wir sind ja hier, ne? Wie geht's mich denn? Immer geradeaus, immer der Nase lang Haben wir noch was vor? Nein, du? Nein, auch nicht Da krieg ich einen Kuss, ich warst Wahrlich eine der geilsten und krassesten Maces im Moviepark und in ganz Deutschland garantiert Zirkus auf Freaks Mein verfreaktes Endergebnis 8,3 von 10 Mordlustige Horrorclowns Leck meine Eier Das war's meine Freunde von Fusel, Grusel und mehr Und falls euch das Video gefallen hat Abonnieren nicht vergessen Bis die Tage meine Freunde, ciao Typisch Hunter wieder Bis zum nächsten Mal